Hans-Jürgen Rösner will einem Bericht zufolge eine Therapie machen, um die Voraussetzungen für eine mögliche Haftentlassung zu schaffen. Herr Rösner hat sich entschieden, im November mit einer Therapie zu beginnen, sagte Rhein-Ablicks Lager, Leiterin der Justizvollzugsanstalt JVA Aachen, dem Kölner Stadtanzeiger. Der Auslöser dafür sei sein Wunsch, eine Perspektive auf ein Leben in Freiheit zu erhalten. Blicks Lager zufolge trugen möglicherweise die Berichte über die bevorstehende Freilassung seines Mittäters Dieter Degowski zu dem Entschluss Rösners bei. Bislang lehnte Rösner demnach eine Therapie ab, weil er der Meinung war, nicht gestört zu sein, sagte Blicks Lager. Flucht quer durch Deutschland und die Niederlande Der heute 60-jährige Rösner war 1991 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Rösner und sein Kompliz Degowski waren 1988 nach einem missglückten Banküberfall in Gladbeck mit Kreiseln quer durch Deutschland und die Niederlande gefahren. Dabei wurden sie von der Polizei verfolgt sowie von zahlreichen Journalisten, die zum Teil Interviews mit den Gangstern führten. Auf ihrer Flucht erschossen die Täter zwei Geiseln. Das Landgericht Arnsberg entschied kürzlich, dass Degowski wieder auf freien Fuß kommen soll. Einige Opfer und Zeugen von damals kritisierten die geplante Freilassung. Nach Einschätzung seiner Anwältin wird er in diesem Jahr allerdings nicht mehr freikommen. Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region. Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an TAKAVP. Melden Sie sich jetzt an TAKAVP.